willkommen zu meinem video in dem ich euch erklären möchte was der marktanteil ist und welche bedeutung er hat um die zusammenhänge zu verdeutlichen nehmen wir als beispiel einen automobilproduzenten nehmt irgendeinen hersteller der in deutschland autos herstellt das ausgangs problem vor dem der pkw hersteller steht ist zunächst einmal festzulegen wie viele autos er überhaupt im markt absetzen kann hierzu muss er zunächst wissen was seine zielgruppe ist er muss also den markt bestimmen und hier habt ihr schon das erste problem was ist überhaupt der markt des automobilherstellers ich nehme jetzt mal als absatzmarkt deutschland und das soll die bevölkerung von deutschland sein natürlich könnte der absatzmarkt auch europa oder die ganze welt sein aber als beispiel nehmen wir jetzt einfach mal deutschland die bevölkerung in deutschland beträgt in etwa 83 millionen menschen ein teil der bevölkerung gehört jetzt nicht zur zielgruppe das heißt sie kaufen keine autos ich habe jetzt hier mal die minderjährigen rausgerechnet die ja logischerweise als minderjährige nicht als käufer von pkw in frage kommen rein rechnerisch kommt man so auf diese weise auf 67 millionen potenzielle automobilkäufer jetzt seht ihr schon das nächste problem ich habe hier bei der alter skala oben offen gelassen das heißt es ist eben immer noch die frage ob auch personen über 70 80 90 jahre zu der zielgruppe gehören aber das lassen wir jetzt einfach mal außen vor ihr habt jetzt glaube ich den eindruck bekommen dass das schon schwierig ist hier überhaupt den markt zu bestimmen insgesamt hat der automobilhersteller nun also einen markt vor sich von 67 millionen potenziellen autokäufern im ersten schritt berechnen wir nun das sogenannte marktpotenzial hierunter versteht man die aufnahmefähigkeit des marktes für ein produkt also auf gut deutsch wie viel autos können in deutschland zum beispiel in einem jahr verkauft werden hierzu nutzt man die folgende formel anzahl der verbraucher also 67 millionen mal die kaufmenge je beschaffungsakt mal die kauf frequenz die kaufmenge ist klar der käufer kauft nur ein auto das heißt je beschaffungsvorgang kauft jeder der zielgruppe nur ein auto jetzt könnt ihr verstehen dass das bei anderen gütern natürlich was anderes ist also zum beispiel bei lebensmitteln da könnte die kaufmenge je beschaffungsakt auch größer sein die kauf frequenz pro jahr bedeutet wie häufig wird ein auto pro jahr von dieser zielgruppe hier gekauft ich übernehme also die 67 millionen deutschen die als potenzielle autokäufer in frage kommen hier in diese formel da bei jedem beschaffungsakt der käufer nur ein auto kauft ist also die beschaffungs häufigkeit ein stück rein statistisch kauft jeder deutsche alle acht jahre ein auto das heißt ich komme auf eine kauf frequenz pro jahr von 0,125 das ist also alle acht jahre ein neues auto aufgrund dieser berechnung komme ich also darauf dass insgesamt pro jahr 8,375 millionen pkws im deutschen markt verkaufbar wären bei der berechnung müsst ihr natürlich überlegen dass hier einige unwägbarkeiten drin sind schon bei den 67 millionen also bei der zielgruppe bei den möglichen käufern war ja das problem dass wir nicht genau bestimmen können wie wer kauft jetzt zum beispiel kein auto und warum nicht also zum beispiel ältere bevölkerung dann die kaufmenge dürfte kein problem sein in der regel kauft man sich ein auto neu aber schon hier bei der kauf frequenz habt ihr das nächste problem das ist ja ein durchschnittswert wenn gesagt wird alle acht jahre im durchschnitt kauft man sich ein neues auto dann spielt das hier zum beispiel für den pkw hersteller natürlich eine rolle wie häufig würden denn seine autos verkauft bietet unser hersteller zum beispiel ein premium fahrzeug an kann es natürlich sein dass die durchschnittliche kauf frequenz hier länger ist das heißt dass man zum beispiel länger so ein hochqualitatives auto fährt also insgesamt ist das ja ein rein statistischer wert im nächsten schritt berechne ich nun das sogenannte marktvolumen hier unter versteht man den tatsächlichen absatz hier in unserem beispiel der pkws geht man nun davon aus dass in deutschland circa 300.000 pkws monatlich zugelassen werden kommt man also auf ein marktvolumen von 3,6 millionen pkws pro jahr das bedeutet nun dass noch nicht einmal die hälfte des möglichen marktes ausgeschöpft ist das kann daran liegen dass die potenziellen käufer zum beispiel andere fortbewegungsmittel bevorzugen zum beispiel öffentliche verkehrsmittel oder lieber mit dem fahrrad fahren diese personen fallen also aus der zielgruppe heraus die werden hier nicht bedient durch den automobilhersteller mit hilfe einer formel kann nun diese marktausschöpfung berechnet werden hierzu setzt man das marktvolumen mit dem marktpotenzial ins verhältnis und da sich eine prozentzahl ergeben soll multipliziert man dann noch mit 100 auf diese weise berechnen wir eine marktausschöpfung von 43 prozent das bedeutet also umgekehrt dass 57 prozent des marktes keine pkws kaufen hier könnten also marketingmaßnahmen also maßnahmen im bereich des absatzes die ich euch in einem anderen video erkläre greifen um hier die marktausschöpfung für unseren pkw hersteller zu verbessern das wären zum beispiel maßnahmen um hier nischen zu finden das heißt herauszufinden warum kaufen bestimmte personen hier diese pkws nicht die sind zu groß sind zu teuer keine alternativen antriebe und dass man dann genau in diese markt nischen hineingeht das heißt der automobilhersteller könnte hier den markt deutlich besser ausschöpfen im nächsten schritt berechnen wir nun das absatzpotenzial hierunter versteht man den maximal erreichbaren absatz für unser unternehmen das wir jetzt hier betrachten und jetzt seht ihr dass das absatzpotenzial ein teil des gesamten marktpotenzials ist die frage ist also warum kauft ein teil des marktes hier unsere pkws nicht da könnten gründe sein der preis ist zu hoch die qualität wird zu schlecht eingeschätzt die konkurrenz ist zu groß die automobile der anderen automobilhersteller werden besser verkauft weil hier ein besseres marketing betrieben wird jetzt seht ihr schon dass hier das problem ist dass man hier diesen marktanteil bestimmen muss hier diesen teil des gesamten markts das heißt das ist ja eine rein statistische größe und hier hängt es eben davon ab wie genau wir informationen über den markt erhalten hierzu führen wir eine marktforschung durch das erkläre ich euch in einem eigenen video wie man auf diesen wert kommt nehmen wir nun an unser teilmarkt wäre 400.000 pkw im jahr das heißt also wir könnten 400.000 pkws pro jahr hier in der zielgruppe absetzen im nächsten schritt berechne ich nun das absatzvolumen hier runter versteht man den tatsächlichen absatz den unser unternehmen hier pro jahr realisieren kann die werte dieses tatsächlichen absatzes liegen ja dem unternehmen vor das heißt das ist ein relativ konkreter wert über den das unternehmen verfügt weil es ja die absatzzahlen kennt nehmen wir in unserem beispiel an das unternehmen das wir hier betrachten verkauft jährlich 300.000 pkw aus den vorliegenden werten kann man also erkennen dass unser unternehmen den absatz in der zielgruppe um 100.000 pkw pro jahr steigern könnte ziel des marketing muss es also sein diese 100.000 pkw im markt zu abzusetzen also die zielgruppe zu sensibilisieren noch 100.000 pkw zu kaufen um die vorliegenden informationen jetzt zielgerichtet auswerten zu können berechnet man nun den sogenannten absoluten marktanteil hierzu setzt man das absatzvolumen mit dem marktvolumen ins verhältnis noch mal zur wiederholung das marktvolumen sind ja die personen die pkws im gesamtmarkt kaufen die also bereits bedient werden also auch von der konkurrenz autos kaufen und das absatzvolumen sind ja die pkw die unser unternehmen verkauft und jetzt wird klar warum das der absolute marktanteil ist denn mit dieser formel berechnen wir den anteil wie viel verkaufen wir am markt insgesamt wie viele autos werden insgesamt im markt verkauft der absolute marktanteil unseres betrachteten unterliebens liegt also bei 8,33 prozent also bei 8 1 drittel prozent und das bedeutet dass wir etwas mehr als acht prozent des marktes hier bedienen und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen dass das ziel unseres unternehmens ist diesen marktanteil auszuweiten wie kann es das schaffen ja entweder weitet es das absatzvolumen im absatzpotenzial aus das heißt wir versuchen also mehr personen hier zu erreichen die als potenzielle käufer in frage kommen aber aus bestimmten gründen vor unseren produkten zurückschrecken oder wir versuchen käufer von der konkurrenz abzuwerben dass die unsere autos kaufen das heißt wir greifen hier in den marktanteil der konkurrenten ein und auch dann steigt der absolute marktanteil wenn ihr euch diese formel anschaut seht ihr dass wir hier ein kleines problem haben bei der berechnung das absatzvolumen also die tatsächlich verkauften pkws pro jahr darüber verfügt das unternehmen ja hier liegen genaue werte vor das problem ist hier der wert des marktvolumens das habe ich euch ja eben schon gezeigt wir haben also hier die unwägbarkeiten warum das marktvolumen 3,6 millionen pkw mehr oder weniger beträgt das heißt dieser wert ist hier ein bisschen problematisch alternativ dazu verwendet man dann häufig auch die formel des relativen marktanteils in diesem fall rechnet man die eigene absatzmenge im vergleich zur absatzmenge der beziehungsweise des stärksten konkurrenten jetzt seht ihr dass dieser marktanteil dieser relative marktanteil leichter zu berechnen ist denn wie gesagt den eigenen absatz also unser eigenes absatzvolumen kennen wir ja pro jahr und jetzt müssen wir nur noch herausfinden und das fällt oft leichter wie hoch ist der absatz des stärksten konkurrenten beziehungsweise der konkurrenten die uns direkt gegenüberstehen nehmen wir nun einmal für unser beispiel an unser größter konkurrent würde pro jahr 1,2 millionen pkws im markt absetzen dann seht ihr das ist schon ein recht großer konkurrent denn der hat ja ein drittel des gesamtmarktes ich berechne nun also mithilfe unserer formel den relativen marktanteil wir haben also 300.000 pkw selbst im markt verkauft pro jahr unser stärkster konkurrenz 1,2 millionen pkw unser relativer marktanteil beträgt also somit 25 prozent so jetzt habt ihr hier die wichtigsten formeln und die wichtigsten bezugsgrößen einmal kennengelernt überlegt euch einfach mal warum man sowas berechnet wenn er das noch mal überlegt dann könnt ihr sehen dass das marktpotenzial zum beispiel stärker ausgeschöpft werden kann befinden hier zielgruppen die keine pkws kaufen also unser produkt im moment nicht kaufen hier wollen wir diese person vielleicht ansprechen dann können wir gucken das marktvolumen sind ja die tatsächlich verkauften pkw wir wollen also das marktvolumen aus denen in dem wir personengruppen finden die noch autos kaufen könnten dann habt ihr hier das absatzpotenzial der vergleich zum marktpotenzial ist der unterschied ja dass hier deutlich weniger pkws verkauft werden und hier beim relativen marktanteil könnt ihr sehen im vergleich zum konkurrenten haben wir 25 prozent unser ziel ist es natürlich diesen marktanteil auszudehnen und genau das ist der ansatzpunkt für unser marketing wir werden also in den nächsten videos sehen was für möglichkeiten wir haben um diesen relativen marktanteil auszudehnen das heißt insgesamt den absatz zu steigern über die verkaufszahlen dann den umsatz zu steigern über den verkaufswert und insgesamt damit den erfolg unseres unternehmens das heißt den gewinn zu verbessern ich danke euch für die aufmerksamkeit in diesem doch etwas komplizierteren video ich hoffe ihr habt die zusammenhänge verstanden sonst guckt euch das video noch mal an in meinen arbeitsmaterialien findet ihr übungsaufgaben wo auch noch mal die plausibilität abgeprüft wird das heißt ob ihr hier ein verständnis der zusammenhänge habt es freut mich wenn ihr weiter zuschaut in meinem kanal gibt mir ein like oder abonniert den kanal freut mich wenn wir uns wieder sehen tschüss